Oh, 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 oh! Was geht ab, ihr geinglubschpoß? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Ich krieche auf den Boden hin und her, weil ich Angst habe, weggesnack zu werden. Zu Battlefield 1 im Multiplayer. Wir spielen hier Rush auf der Map Suess. Verteidiger, aber ich bin nicht alleine, denn alleine verteidigt sich schwer und schießen ist auch schwer. Prime ist auch mit dabei. Ja, ich bin auch mit dabei. Was geht ab? Oh, fickt mich doch in die Nutte! Okay, da kann ich jetzt nichts gegen sagen, also das haut mich um. Mann, das war voll scheiße geschossen gerade. Den hätte ich sowas von töten müssen. Das war einfach Pflicht. Ich spawn mal bei dir und dann regeln wir da jetzt zusammen. Alles klar, funktioniert. Oh, ne, die... Oh, ein Panzer. Gut, dass ich Sanitäter bin. Alter, du bist... Du bist heute der Blitzchecker, Alter. Oh, ein Panzer. Ich bin gerade... Ich bin gerade erst hier gespawnt, du Sackgesicht, Alter. Wir sagten doch, du sollst nicht erwähnen, wie ich aussehe. Tut mir leid. Nein! Also... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, warum, Alter. Ich bin Sackgesichtmodel, da stehe ich auch zu. Alter. Die Unterhaltung schon wieder, ey. Ich bin fertig. Ah! 4 HP! 4 HP! Ja, die Unterhaltung. Die Unterhaltung geht besser. Okay, ich muss mich einmal kurz regenerieren. Währenddessen gucken wir einmal diesen wunderschönen Busch hier an. Also, ich finde dieses... Gegrüne hier wunderschön. Leute, ich habe einen Feind getroffen. Womit das denn? Was, hat hier ein Typ gerade Alu Akba geschrieben? Das hat sich einmal so angehört gerade. Das hat sich hundertprozentig so angehört. Wow, und da ist ein... Alles klar. Gut. Weltgeschützt. Ich mache jetzt einen Sneaky Sneak Sneak. So, Dynamit. Panzergranaten. Und jetzt baue ich natürlich ganz rechts... Wir haben vorhin so ein bisschen gelabert und sind jetzt im Überlegen uns einen Season Pass zu holen. Ja! Du Sack! Warum drehst du dich um? Alter! So, den rechten Panzer habe ich zerstört. Ganz links ist aber noch ein Artilleriewagen. Den würde ich mir eventuell auch gerne holen. Ich renne da gerade hin. Wir müssen einen kleinen Umweg rennen, damit er uns nicht einfach so wegballert. So, wo schnurrt er? Hier schnurrt er. Gut, jetzt rennt er natürlich davon weg, wo ich hin bin. Ah! Nicht tun! Ich muss doch hier den Panzer... Ach, Mann! Aber zumindest habe ich ihn getroffen. Einsatzziele verloren. So, da bist du. Hast ein Panzer? Ja! Okay. Der Artilleriewagen noch da, oder? Der müsste noch da sein. Ich habe jetzt auch mal wieder meine Panzerbüchse eingepackt. Aufgegangen. Koordinaten an Artillerie übermittelt. Ich werde beschossen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh! Ja, ich muss mich hier auch gerade zurückziehen. Ich habe nämlich ein kleines Problemchen. Oh! Den habe ich gekriegt. Ich bin König. Jawohl, der MP18 regelt. Ja, du musst mal kurz da übernehmen. Ich muss mich kurz zurückziehen. Oh, da hinten ist der Wagen. Nein! Habe ich ihn getroffen? Ich muss ein bisschen höher. So. Jetzt fährt er da natürlich weg, Alter. Der will mich in den Arsch ficken. Ja, ich habe ihn hart beschädigt. Der muss weg. Moment, ich habe gerade... Aber ich muss auch weg. Ihr stand doch da quasi vor. Warum ist da keiner davon ausgestiegen, um da mal... So, Feind getroffen. Mach mal zwar. Ja Leute, was gedacht? Ich muss hier einfach mal durch. Ich muss hier durch. Komm schon, stirb. Jawohl, mit dem letzten Schuss. Aber egal wie, Hauptsache sie sterben. Diese Artilleriewagen geht mir gewaltig auf den Nerven. Den müssen wir gleich mal holen. Ja, der kann halt auch so... Der hat halt so einen Mörser oder so einen Scheiß. Ja, ich weiß. Normalerweise bin ich das immer. Warte, seit wann bist du ein Artilleriewagen? Du bist ja mal ein schwerer Panzer. Hallo. Da weiß er selbst nicht mehr, was das sagen soll. Hab ihn getötet. Fahrzeug zerstört. Nice. da kommt noch ein panzer schwerer panzer direkt geradeaus links von dir ist ein pferd habe den panzer getroffen 15 panzer nochmal getroffen 14 panzer getroffen ich schluck gerade alles was es hier gibt ja hinter dir ist ein ich bin raus reiter der hat halt auch an der panzer kann ich sag schon wieder an der panzer kann was reitet er denn hier einfach durch die gegend das ist nicht wird der redemption junge verraten hier einfach durch die stadt der hat schon wird der redemption 2 gespielt alter gegner da kommt ihr einfach angeboten mit seinem säbel in der hand sonst macht er nichts ich habe ja auch schon irgendwo fährt nein ich hatte irgendwo ein pferd gehört deswegen wird das finden aber da hat das gameplay beziehungsweise die map mir gerade vom aufbau ein strich durch die rechnung gemacht finde ich nicht in ordnung naja das geht gar nicht mir fällt gerade auf dass wir leute in unserem sport haben wie kommt das denn ich dachte uns das privat deswegen kann ich so vielen beutreten und nicht nur dir und sagt zu mir ich bin blitz merke alter da ging das fenster auf alter reflex reflection kommt schon entschärfen 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 schneller 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 kommt ja sprengmeister marf ist unterwegs auch hier ist gar keine tür mehr drin ich über mittel mal gerade koordinaten so bitte sind positionen bitte sind aber viele markiert die kann ich gebrauchen ich habe einen getroffen hier vor der tür der hat eine granate reingeworfen und mich aus dem leben gepumst ich bin durch eine kopfnuss gestorben gegen die wand hat die wand gekopft muss man unbedingt mal machen kann wir müssen jetzt nicht nachmachen schild einblenden alles klar bitte nachmachen scheiße also ich kenne so ein zwei leute ich bin hier am gas schlug was du schluckst auch gas normalerweise ist es immer was anderes ich schluck sehr viel gas man yellowstrom ist nicht nur ein laden das ist auch ein hobby was ist es auch geschnuppt was klar was du halt ausschließt wollen wir gucken ob du da mehr ne fast gar nicht ein hier tür zu problem halten wir fest wir haben probleme hat ein leben der hat ein leben wenn du die idee nicht holt sagt mir wo den es gibt zwölf gegner hier alter wenn du den nicht holt ich bin tot das war bei einer mit vollem leben der nicht getötet hat dann war es nicht krabbel da gerade irgendwas meine wand runter ich kann es gerade nicht sehen ich hoffe nicht wenn doch komme ich gleich vorbei Leute bleibt einfach steht und ich kill dir den Stil wollte ich gerade sagen ich stil dir den kill als cool wie sollte er so viel geschluckt was war das weiß ich nicht der war special das war glaube ich ein reiter da bei dem bombenspot wo wir gerade waren da ist einer und hat jetzt gut der hat die bombe scharf gemacht die werden gerade alle vom gas getroffen da ist rechts ich da ist da voll über mittel hier mal alle koordinaten feind getroffen koordinaten übermittelt rauchkanade nein hinter mir der macht die bombe scharf ok der ist tot habe ihn nice afroki tot panzer durch die wand alles klar das hört sich an wie ein schlechter sich die gegner aber von sagen wir nicht weiß ich ich glaube wir kriegen unseren erst bei der letzten stufe ok ich werde gleich sterben alter ich lebe noch ich lebe noch ich fick gerade den panzer alles gleich bin tot der hat aber nur noch 40 ungefähr also viel hat er nicht musst du mal bei pk strich ich kann man nur so benutzen scheiße jetzt brauche ich doch hier wird extra da weiter transport da rennt einer muss man kurz hier rüber einsatz ziele verloren ausschütte ich bin außerhalb des kampfgebiets alter das kann ja jetzt lustig werden wo ich hier stehe gut das war lustig ich bin natürlich völlig hat hat ein panzer er hat ein panzer aber das bist du ich habe kein panzer pk hat ein wie so der und ich nicht okay wo ist der wo ist der panzer da ist ein typ finde ich mal gut nicht getroffen wo ist der panzer der panzer ist hier hier ist wie du machst die bombe nicht schafft und dieser sitze ich habe noch an die tank also was ist es für ein spezialfall hier in dem panzer der siegen gegner und fährt weg wo nein nur einer ist half life da kommt jetzt wir haben gleich verloren das schlimme ist wir haben es gerade auf der selben map nicht hingekriegt das alles einzunehmen aus gründen Alter ich bin gespawnt und direkt wieder tot warum tut ihr mir das an das kann auch nicht sein so ich glaube der macht eh gleich einen abgang und B ist auch gleich weg oh guck mal hier Sturmsoldat in der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat ja gut ja das war der beste Panzerfahrer der Welt haut vor Gegnern ab mit einer Pistole und so war ich bei ihm ja also die sind sehr gefährlich für Panzer man unterschätzt sie sie können einiges ausrichten sie werfen mit Sandkörnern und sonstiges das kann das ganze Getriebe zerstören und dann ist der Panzer kaputt ist so ist so ich meine allein schon die Abgaswerte alter das geht gar nicht ja das sind die alten VW Panzer ne VP Volkspanzer gut ja gucken wir uns nochmal den Punktestand an hier ich bin erster mit 1414 alter was ist da los wir waren zum Schluss auch nur noch alter unser Achtermann ne der mit den ganzen Strichen der verfolgt mich das kann nicht sein ich hab in Infinite Warfare gegen den gespielt dann hatte ich den äh später in Modern Warfare als Gegner gehabt sogar in der Aufnahme und jetzt ist er auch noch hier will der Typ mich verarschen alter was ist mit dem Falschen ich glaub ich hab nen Stalker äh du hast deinen eigenen Stalker alter alter das kann nicht sein ich würd mich nicht wundern wenn morgen einer irgendwie so ne Nachricht schreibt wo sich so ein Fenster öffnet und so ein Teddybär um die Ecke guckt alter ich würd nicht wieder ausziehen Moin ja gut das ist bestimmt Twinscube ja mit meinen wunderschönen Stalker ich freu mich dass du es tust aber ein bisschen creepy ist das schon ja verabschieden wir uns hier ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würdet mich sehr über einen Like freuen und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video Tschüss Tschüss